Die kriegst du ins Inventar, weil die sind nur sieben Tage gültig. Und man hat das Event nach erst... Du hast noch sechs Tage Zeit, um die zu aktivieren. Ich aktiviere die erst am letzten Tag. Alles klar. Du kriegst einen Koffer mit G-Coins und den machst du dann auf und dann hast du sieben Tage Zeit, um die zu verbraten. Okay, alles klar. Ja, das ist gut zu wissen. Ich hab nämlich die jetzt immer sofort verbraten, weil ich Angst hatte, dass ich sie irgendwie vergesse oder so. Wollen wir eine Military Base raus? Da wird es aber voll ohne Ende. Ich hab Angst. Es wird aber gleich... Es wird eine kurze Runde. Das kann ich dir schon gerne sagen. Okay, dann machen wir Müllter, oder? Ja, Müllter. Ja, egal. Ja, machen wir Müllter. Wir können auch Military Base. Wir können auch Military Base. Wenn wir hier landen würden, dann sind wir quasi von oben geschützt. Da wird keiner in der Porte nicht landen. Ja, ja. Ach, weißt du was? Wir gehen einfach zu grün. Was? Alter, geil. Wer von euch hat eigentlich direkt aufs Auto getroffen? Äh, nee, nee, nee. Das war ein Fehler von mir. Das ist, wenn du links klickst, äh, rechts klick länger drückst, dann kannst du, äh, kannst du anzeigen was... Ja. Benutze ich immer diesen Kling. Deshalb... Ich bin abgesprungen. Äh, Moment mal. Machen wir jetzt doch Military Base? Wieso bist du nicht abgesprungen? Doch, doch. Ich folge, ich folge lila. Nee, ich folge Bänder. Ich folge Bänder. Grünes Haus, oder? Boah, ein Team rechts von uns. Äh, unendlich viele. Unendlich viele bei uns. Aber... Buntschirme? Ich sehe keine Buntschirme. So, zwei vor uns. Oh Gott. Lade sie auf dem Dach. Schaffen die das? Nein, die schaffen sie nicht. Das sind... Das waren... Das waren... Das waren keine... Waren das Spieler? Ja, Ball ist hier. Wie verrückt. Ich. Okay. Unter mir im Haus ist einer mit einer Schotflinde. Ich habe ein bisschen Angst. Oh mein Gott, es sind überall welche. Du hast immer dann Angst, wenn Profis unter dir sind. Und du weißt, damit es Profis sind. Nur dann hast du Angst. Dann komm... Dann habe ich... Boah, shit. Ich höre an Pumpenspezialisten. Hä, wo ist der Typ? Der ist über mir. Ich hab... Der über der, den hab ich gerade gemacht. Der Typ in der Pumpe? Keine Ahnung. Da war irgendein Typ auf dem Dach. Wer, ich... Auf fünf, Moni. Was? Auf fünf. Ich hab's gesehen. Vier Fünfer. Wie viel? Viel. Da bist du oben. Ja, eins weiter hoch. Direkt bei der Treppe. Nöööööö. 24. 24. Ich. Nööööööö. Habt ihr das? Ähm... Nöööööööö... Ja, ich was? Wer ballert mit der Vector? ich habe ich habe uns assist grad bekommen wie lol ist das auf wen oder was hast du ich hatte schon drauf geschossen gehabt anscheinend schon witzig wer nett zu mir ist bekommt ein geschenk jetzt habe ich angst manche verbände aber ich weiß nicht ob ich komme auch mal rüber zur lila ich habe schon zweimal ich hab's in meinem inventar du sehr ich nehme es ach gott ich dachte es ist okay es sind alles wir sind ja allein oder sind ja noch welche da wer schießt ich habe ich habe bei meinem marke ist es nur weiter das magazin der marke ist ein gegner ich gehe hin und für pushen raus zwei gegner es waren zwei hast du mittlerweile dann ist dein visier hier liegt noch ok passt flugzeug ich hole das auto ist zwar nur ein buggy aber besser als nichts ja ich warte mal ich schau mal ob ich noch ein auto finde gut aber weit fahrt rein richtung der bilder liegt meistens uaz gott ich habe mir da nicht geguckt davon ist noch ein coupé wenn da kommen wir mit rein oder irgendjemand mit mir ins auto zu mir ins auto lila dann holen wir den ich bin ja ok dann haben wir eigentlich schon zwei autos egal wir holen das kopie auch noch das ist nur zeit wir haben urzeit es soll folgen ist da hochgekommen geflogen kommt runter oder ich nehme das andere auto dann können wir entweder zwei zwei fahren oder einfach alle in allem wo fahr man hin oh gott was macht er denn im solch alle alle mann rein in zu urz und alle mit stock in kofferraum ok sie sind voll zu machen also kommt er sagt insofern können wir auch im bänden in solberg überfahren wolltest du sagen soll ich gar nicht fährst du ja ja wir fahren mal nach novobobab novorep neue ist das der name ja ja ich gebe auch vollgas 99 ja dann lasst uns hier bleiben ja das passt schon erstmal noch ein bisschen hier looten wir müssen allerdings aufpassen wir sind an der brücke da kommen mit sicherheit irgendwelche dudes rüber weiß ich glaube ich bleibe bei der p18c mir egal habt ihr alle smokes ich habe kein ich habe keine smokes bisher ist ein problem das 9 mm für die vektor was gibt einander wir müssen wieder steht wir müssen über die brücke leute meine sorge wer schießt lila wir hatten geschossen und war das geht oben auf dem berg habe ich ihn gehört glaube ich über die brücke wird vielleicht hierhin wo ist wir hatten jetzt gerade geschossen ist also dann let's go oder haben wir über die brücke also ob alle man ins auto ach so ok ja das stimmt aber ihr habt ein cabrio ich nicht unfair was mir halt überhaupt nicht gefällt ist dass ich keine boost items habe bisher also 22 red bulls und das war's ja dass das gebäude der ehemalige da steht einer da steht einer da stehen habt ihr den anderen platt gemacht ja dann habe ich erst angefahren und dann dahinten ist doch einer wo irgendwo hat einer geschossen ich sehe nix da oben kommt einer hat mit links geschossen leuchtpistole bei 340 bei 340 da hinten wir müssen rein ich hole meinen ich hole meinen buggy weiter hat einer von euch ne nein hier ist nur ein rotpunkt im auto habt ihr smokes alle ich hab zwei smokes gefunden ok sehr gut das ist echt krass hier muss es voll abgegangen sein der flugzeug der flugzeug ja das ist der panzer wir haben ja auch zwei panzer ich hab mal zwei smokes hier in die in den kofferraum von dem auto ist es wirklich der panzer oder ist es eine loot box ne das ist eine loot box der hat die in der in der dinge abgefeuert das sind zwei zwei einmal da hinten und einmal hier vorne ist auch was ja ja passt alles gut aber das hintere ist außerhalb der von der zonne so wie es aussieht ja ich sehe ich sehe keine gegner vielleicht ist es jetzt hinter dem stein oh endlich fahrt 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 gut wo ist die grüne holen wir uns bände du könntest du die crate holen das ist wahrscheinlich sinnvoller als ähm bei meinem marken von links lauft jemand da hinten lauft jemand nach rechts welcher marken links und da grün oh shit die sind hinter dir die sind hinter dir hinter dir auf dem ja komm let's go let's go let's go sollt pack allemal rein ins auto wir fahren dahin ich bin hier vorne lena nimmt das andere auto da sind die smokes drin achso du bist schon von raus warte ich renne zurück ich renne zurück das ist ein vollprofi wo bist denn du bender äh am strand hast du hast du probleme mit den typen oder sehen die dich ne ich war von zwei seiten beschossen du wolltest doch schießerei jetzt entspann dich du hast schießerei jetzt du wolltest schießerei jetzt hast du schießerei ja aber nicht so alt schießerei genau das problem ist dass man sich das manchmal nicht aussuchen kann und das gute ist ich hab kein medistuff mehr ähm komm wir gehen ja in die häuser rein ähm alle mal rein in diese häuser wir verbunkern uns da drin die sollen sie erstmal ich muss erst zu euch fahren ja ja nee alle lila kommt zu uns ins 1 haus wir chillen hier drin ich hab das auto mit äh da irgendjemand hat auf mich geschossen es lebe dich überall ja ja deswegen wir verbunkern uns jetzt mal hier und warten bis wir verbunkern uns jetzt mal hier schön und warten bis sich die äh der rauch etwas legt Motorrad bei uns Motorrad ja Granate nicht direkt hier vor uns der läuft das haus rein ich hab ihn ja ja ich war er hat ihn er hat ihn platt gemacht bevor ich es gemacht hab war er allein ne war er nett 47 vorsicht es kommt noch mehr w합니다 gili gili may nah tla bris gili man hat den s gili matt leg認識 gili man hat den s gili man hat den s gili man hat den medistuff keller 2 gili man hat den s alles klar ja aber die hat er schon verwendet ich bin durch die scheibe raus dörpo noch von links irgendwo roter marker die sind in den häusern compound rot beim roten marker vorsicht vorsicht lila sind beide sind alle im t sind alle in der zone das ist ein problem aber die haben auf jeden fall ein typen weniger auto auto coupé kommt zu uns coupé kommt zu uns markiert wenn ihr seht der ist gut geschießt aus dem auto raus wie ein engel er lenkt uns ab ich das ist glaubt nur ablängerungs manöre vorsicht die schießen gut die dudes wir sind im roten beim roten marker aber das gute ist sie müssen zu uns der hat noch ein bot überfahren jetzt ich glaube ich habe dem auto einige löcher verpasst der ist noch da passt auf der typen im auto ist noch da der kommt glaube ich jetzt zu uns gepusht wir müssen aber alle zu uns pushen das ist das gute es ist max es ist noch ein dreier team vorsicht vorsicht leute jetzt bitte konzentration die kommen jetzt wir müssen jetzt von dem compound von meinem marke rüber zu uns die pushen jetzt gleich zu uns ich sehe noch ein auto uaz fährt zum compound oder mark vorsicht leute kommen jetzt zu uns kommt die granaten sind raus einer ist raus einer ist aus dem auto rausgesprungen ist ich lasse dich nicht allein aber er kann beim turm ist auch einer hier sind viele bei mir bei mir sind welche im haus bei dir im haus ich bleibe jetzt hier und kämpfe wenn ihr eins sieht markieren auf jeden fall markieren Lila komm rein hier rein 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 der typ im auto macht eine ablenkungs manöver aber einer im auto oder zwei aber einer im auto oder zwei aber ich knocked ihn revive please er kommt rein granatische jetzt sind wir geliefert komm runter komm runter die werfen granaten da rein der ist hier drin der ist hier drin Lila macht platz macht platz oh mein gott ich hab Angst keine panik Lila wir machen die jetzt zur sau die sind ultra gut die typen keine panik Lila wir machen die jetzt zur sau mafiosos hinterm hügel wo ist denn der zweite typ der ist wahrscheinlich da im haus drin der eine ist mit dem mafiosos da rein und der andere hat da da ist wahrscheinlich rausgestiegen da ist einer da ist einer wo der ist im auto gewesen ja im auto da steht das auto Bender du bist allein in dem anderen haus ja der geht bei uns ins haus Lila du stehst an der Tür pass auf du stehst an der Tür pass auf du stehst an der Tür pass auf Lila Lila also die Stimulation kommt von mir ich kack Lila wer war das? ich nicht also ich bin in der sooo oder? Ne bin ich in der zone kack ich auch nicht du dich holzt da hast kein tolles Beben Bender Lila 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 nicht am Fenster stehen Links unten ist er, da war ein Fenster. Jetzt ist er... Ja, ich seh den, ich seh den, ich warte. Jetzt läuft er nach hinten weg. Sind wir in der Zone? M? Nö. Ganz kurz. Lela, heilen. Puh, ich doch, ich hab... Nur, ich hab kein Medikid. Da ich im Zimmer irgendwo noch... Red Bull. Hab ich, ich hab noch Red Bull. Wir drei gegen die zwei. Ja, aber die ist in der Zone, wir nicht. Da, ne, dich. Was? Jetzt warte. Rüber, rüber, rüber. Hab die Granaten? Er ist an dem Fenster. Boah, krass, die sind ultra gute Typen. Die sind ultra gute Typen. Du hast eine Granate, Bender. Ja, ja, ich hab ein paar Granaten. Kannst du probieren, da reinzuschmeißen, ins Haus, ins Fenster. Scheiße. Boah, hat dich zurückgetrallt. Boah, das wäre geil gewesen, wenn du dich getroffen hättest. Ach, guck mal, guck mal. Oh mein Gott, ist das krass. Das ist ein krasses Match, ey. Die Waffe in die Hand. Die kommen nach rechts, nach rechts. Ich hab eine Waffe ausgerüstet gehabt. Okay, aber Bender, du hast es wirklich gut gemacht. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Das war ein Superspieler. Das waren, ja, ja, das waren keine Noobs, ey. Das waren keine Noobs. på hoer Nevis. Okay, das war Sarah. Das war die... Das war dein. Ja. Und das war serief.